Ey, wer von euch macht die Ansage? Hey, ich bin's, der Miki. Heyho, meiner Popo-Piraten, Miki am Start und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, äh, Capture the Flame. Ne, ne, Fiki am Start musst du dann sagen, Alter. Fiki am Start. Heyho, meiner Popo-Piraten und herzlich willkommen, ne, warte. Nochmal. Tag 2. Fiki am Start und, äh, willkommen zu einer weiteren Folge, Pimmel, äh, Crafting, Capture the Flag. Ja, man, wir haben da eine Flagge, die haben eine Flagge, wir holen die und dann packen wir die zu uns und dann haben wir Punkte. Nach drei Punkten, äh, hat das Team gewonnen oder verloren, jeweils wer die Punkte macht. Nei, hat jemand hier. Fiki am Start, Alter. Los, ihr müsst die Flagge, ich beschütz die Flagge und ihr müsst die Flagge holen. Blame ihn, Gazy am Start. Okay, warte, lass mich erstmal anziehen. Hops, das war nicht so gut. Gut gemacht, Bergfeier. So. Welche Seite soll ich jetzt gehen? Wir sind halt nur noch vier Leute, aber wir packen das. Aber wie? Die Map hier gefällt mir auch viel besser wie die andere. Ne, ich mein, ich find, das ist die Reis, die Map hier ist, ich fand die andere besser. Die hier bringe ich durcheinander. Oh nein, boah, die machen aber alle richtig krass die Flagge da beschützen, guck mal. Ja, die sind doch zwei Leute mehr. Richtig wie die Hans-Peterchen oder sowas. Hans-Peter Meier. Wir sind nur zu fit, wir packen das noch. Los, meine lieben Freunde. Okay, der eine ist schon mal tot. Popo-Piraten. Popo-Piraten, yay. Wer der Teil der Illuminati und Ficke-Gay. Ficke-Gay. Und da ist einer runter. Ey, ich kann nicht versuchen. Ich hab die Flag. Wirklich? Wo bist du? Wo bist du? Ich beschütze dich. Aber ich hab's versucht. Los, 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 los. Du darfst jetzt nicht runterfallen. Wo muss ich die hinbringen? Ja, hast du? Genau zur Flagge. Ich hab's nicht gepackt. Ich hab's gepackt. Okay, wir müssen jetzt beschützen. Wir müssen jetzt beschützen. Ich hol sie nochmal. Ich hab einen Punkt gemacht. Ich hab sie. Hab ich sie bekommen? Ja, ne? Hab ich gerade ernsthaft? Er hat unseren Kumpel getötet. Scheiße, ich werd sterben. 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 Was hat denn die Flagge? Nein, der ist runtergefallen. Wo ist die jetzt? Unten. Da ist sie in Sicherheit, glaube ich. Scheiße. Los, Ficke. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schaff ich das? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich hoffe, es ist sicher. Oh mein Gott, so viel. Oh. Also ich hab schon einen Punkt gemacht. Miki. Alter, die fallen ja alle runter. Und unsere Flagge ist unten in Sicherheit. Die kriegt eh keiner. Ich bin gerade ein Stil. Nein, unsere Flagge wird gleich respawn. Ja, aber mittlerweile können die ja eh nichts machen. Deswegen. Okay, unsere Flagge ist wieder da. Stimmt. Nein. Miki, 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 Miki. Nein. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Okay, wir müssen jetzt hier aufpassen. Hab ja, hab ja. Ja. Das hat er mit dem Gast hin. Alter, wie ein Pro? Ich hab immer eine Flagge geholt. Junge, 4 zu 6. Was war das denn, Alter? In der richtig krassen Runde. Ja, das war jetzt eine richtig krasse. Wir hatten noch Cellmaster 4. Der ist übel zu gut. Es ist ziemlich dunkel, da wo ich bin. Ich auch. Jemand hat geschrieben unter dem Intro-Contest, ich würde es gerne bekommen, weil ich selber keine machen kann und mir keine eins machen will. Deswegen, danke und Gott schütze Amerika. Juice, wie oft wirkst du eigentlich in der Woche so ungefähr? Aufgerundet? Bist du richtig? Ich das doch sage, wenn du aufnimmst, Digga. Aufgerundet. Heyo, meine Popopiraten, Vicky is back und vergiss den Scheiß einfach, das ist voll cool. Ja, Salmonster ist in meinem Tee. Oh Manni. Ach ja, okay. So, das ist wieder die gleiche Uhrzeit. Haben wir ja früher auch immer gemacht. Und diesmal pennt Mike ja nicht mehr hier in meinem Tee-Speak und... Ja, also wer sich denn noch in die Zeit hat? Wie spät ist es jetzt? Irgendwas mit 4 Uhr etwas? 4 Uhr 7. Wie früher in den Sommerferien. Bist du einfach runtergefallen, der Hack? Ja. Oh, das hören schon ziemlich viele. Da sind doch ein paar YOLO-Warner dabei. LOL. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Runter mit dir. Oh, du gehst runter, du gehst runter, du. Ähm, holt einer die Schlage? Ja, ich bin gerade dabei. Ich muss ein paar Leute zwischendurch auf dem Weg töten. Warte, chill mal. Chill mal. Ich auch, warte, ich muss gucken, ob die Schlage ist. Yolip, gell. Das ist voll chillig, so Late-Night-Runden. Hatten wir damals auch immer gemacht. Hab sie. Deswegen, das hatten wir immer gemacht, ne? Und dann war immer Mike im Tee-Speak, weil der eingeschlafen ist. Ja. Der war wirklich in jeder Aufgabe dabei. Aufgaben. Aufnahmen wusste das halt nie. So, ich klaue jetzt in ihre Flagge. Oh, cool. Nein, die habe ich schon mitklaut. Ich bin nämlich jetzt bei denen in der Basis. Spawn-trapp' die, Alter. Alter, ich freue mich so, wenn Live-to-Life online ist. Ich spawn-trapp' die, kommt mal einer hier rüber. Ich spawn-trapp' die gerade. Warte, ich mach' die einfach. Kommt schnell. Boah, was ist denn mit dir? Was ist denn so? Ich, äh, ich muss aufpassen. Ich muss auf die Flagge aufpassen. Die anderen können halt rumgehen. Okay. Ich bin halt der passive Spieler. Der passive? Assiv. Alter, wie viele ich jetzt schon getötet hab? Aktiv. Ich hab so viele getötet. Aktiv. Hat das jetzt geholfen, dass ich die jetzt gerade voll gespawn-trapped hab, Alter? Oh. Ich hab' ein Herz. Hast du schon wieder die Flagge? Nein. Ich muss, ich weiß nicht, wo die ist. Die ist wieder bei uns. Boah, Junge. Den hab' ich richtig verpflichtet bekommen. Ey, unser, unser Dings, ähm. Ich find' die Map. Ich find' die Map. Cell Master 4 ist eh der beste, Alter. Seid schon wieder. Ja, Mann, der ist richtig gut, ey. Nächstes Mal ist er auf uns ein Tipp. Oh, okay. Jetzt hat er mich gut gegeben. Äh. Ja. Es ist dunkel hier unten. Boah, hier ist ja alles voll mit Gold an der Wand. Wie geil das ist. Ich hab' die Flagge, aber ich bin runtergefallen. Egal. Die kommen. Ich komm' von der Seite. Die ist jetzt irgendwo, äh, unten, ne? Also, jetzt können wir die halt spawn-trappen noch. Ja, das packen wir locker. Guck mal, wir haben schon 2-0. Wir haben schon 2-0. Wir haben schon 2-0. Schlag' ihn runter. Schlag' den Raab. Okay, ich hab' den runtergeschlagen. In den Graab. Schra-schlag' Ich schau mir nochmal einen Gold-Block. Okay, es kommen mehrere. Ich hab' die Flagge. Vorsicht, hab' die Flagge. Hey, Loi. Wer ist denn jetzt los? Ähm, Kalex' Kumpel. Loi. Ach, der war auch noch gut. Da war'n noch da? Ja, Mann. Ich hab' mir gerade Angst. Ich glaub' der ist jetzt. Ich hatte gerade Angst. Okay, wir haben gewonnen. Schon wieder, Alter. Und, pass auf, Miki. Miki, pass auf! Ja! Haha! GG! GG, Alter, was ist das denn? Wir machen ja richtig rasierend. Drei Runden untereinander rasiert. Die Leute sind um diese Uhrzeit schon müde. Das ist unsere Taktik. Wir spielen einfach um 4 Uhr morgens, damit wir auch was kriegen. Heyo, meine Popo Piran und herzlich willkommen wieder zurück mit Miki Back am Start! Ähm... Bist du jetzt in unserem Team? Nein, Cell Master ist nicht in unserem Team. Aber Darki, Gott sei Dank noch. Nein! Nein! Gegen Kaktus, na komm schon. Ich wollte ihn gegen den Kaktus-Bombi sehen. Warte, hier ist ja schon einer. Der hat voll den Playcrafts drin. Ähm, ich fach wieder die Flagge, ihr reißt das Ding. Okay, warte. Der Typ hier. Okay, wir haben schon mal einen richtig guten Konkurrenten. Cell Master. Das ist jetzt leider bisschen scheiße. Ich weiß gar nicht, ob der gut war. Ich hab ihn nicht beobachtet. Der ist richtig gut. Wir müssen auf unsere Flagge übelst aufpassen. Er wascht durch wie eine Rakete. Und dann heißt es nicht mehr Popo-Piraten. Was? Dann haben Leute gegen den Kaktus gekneiden. Oh nein, Cell Master kommt. Wir müssen jetzt aufpassen. Oh, er wascht richtig gut durch. Er ist runtergefallen. Der ist hier vorne. Der ist hier vorne. Der ist hier vorne. Die sind hier vorne. Boah, wir alle dort drauf gehen, ey. Haben wir es geschafft? Leute, der ist da oben. Der ist oben. Auseinander. Aber ich bin da und hab ihn zerfickt. Da kommen die nächsten schon. Da ist einer oben bei Andi. Das ist ja nicht nütz. Aber da ist einer unten. So, ich höre eine Flagge. Wo ist die Flagge? Ey, langsam klick das Kill in so einem PvP. Leute, passt mal kurz auf unsere Flagge auf. Achtung, der Typ rennt hier in der, ne? Ich weiß. Cell Master. Ich werde sterben. Leute, ich werde sterben. Ich hab Rund gemacht. Ja, ich hab ihn gut. Gut gemacht. Ich hab Cell Master. Ja, ich hab Dings Rückendeckung gegeben. Ich hab Cell Master getötet. Ja, das ist gut. Ich will dich denn immer Cell Master ein? Ja. Denk ich auch immer. Ja, ich glaub. Er ist Cell Master Fan, Alter. Warum halte ich Cell Master ein? Oh. Einer hat unsere Flagge. Hä, wie viel Leben hat er gemacht? Bei denen hat jemand Kill Aura, ne? Die war der Afghan der Ecke. Hä? Scheiße. Ja, genähert. Und die hat mich automatisch gehittet. Also so ne... Von uns? Oder von dem Leben? Ey, wie kommt man da denn rein? Da sind wir rausgekommen. Ja, ja. Also nicht von uns. Bei denen hat jemand Kill Aura. Haben die einen Punkt gemacht? Geiße. Ja, die haben einen Punkt. Vielleicht. Oder? Hä, wieso bekommen die keinen Punkt? Krass, Alter. Ey, die bewachen uns die Flagge. Dieser Typ mit dem Bladecraft. Es geht. Los. Renn schnell zu Türgrün. Renn schnell zu Türgrün. Renn schnell zu Türgrün. Warum? Die machen... Die haben unsere Flagge gemacht und keinen Punkt. Die schaffen das nicht. Ja, wo sind denn die? Wir sind bei der... Bei der grünen Base. Hier Zellmaster hat unsere Flagge. Und warum machen die denn keinen Punkt? Ich glaub, der kriegt nicht dazu. Ich flieg hier... Oh, Alter. Kommt mit zu. Hilf mir, die Flagge zu bewachen. Wo ist denn die? Links bei deren Base. Links. Jetzt haben sie einen Punkt gemacht. Scheiße. Die Leute versucht die Flagge zu holen. Und ich... will keine Niederlage sehen. Wir haben eigentlich so richtig gut bis jetzt gespielt. Ja, wir haben jetzt aber einen Punkt gemacht. Jetzt wird es langsam kritisch, meine Freunde. Die kommen von der Seite, die kommen von der Seite. Richtig viele von denen. Boah, der kombut mich wirklich... Keine Ahnung. Mir ist natürlich nicht geleckt. Ich habe die Flagge. Hier ist eine bei uns. Er ist bei uns. Er ist bei uns. Hier ist bei uns. Ich bin runtergefallen. Ich hole die mir. Ich bin aus dem Fenster gesprungen und bin fast daneben gefallen, aber... Ich habe gerade ein Deja-Vu. Ich habe gerade ein Deja-Vu. Ich glaube bei denen... Von denen ist einer... Ich habe die Flagge. Helft uns, helft uns. Okay, wir haben wieder eine Flagge. Ich habe die Flagge. Ja, wo bist du? Ich komme zu uns. Scheiße. Oh Mann, ey. Jetzt schaffe ich das nicht mehr. Ich versuche die ganze Zeit mal für Juni-Rush. Ja, ich habe das. Haps. Nein, du musst da. Nein. Ja. Okay, gut. Hier. Ich hatte die Flagge gut. Ich hatte keine Ahnung. Oh Junge, was ist das denn für einer? Leute, er hat unsere Flagge. Er hat unsere Flagge. Nein. Wer hat unsere Flagge? Der eine Zen-Master, glaube ich. Nein, Zeilen-Dingen, Zatti. Hä, die sind bei uns. Leute? Leute? Ja, jetzt haben sie noch einen Punkt gemacht. Ich werde zurückgebracht. Komm zur Flagge. Also, versuch die Flagge zu bekommen. Wo ist denn die Flagge von denen? Aber wir sollten mal von der Seite lang rushen. Okay, ich bin gleich tot. Ich muss kurz zurück. Oh, ich habe Blöcke. Was? Einer hat unsere Flagge. Einer hat unsere Flagge. Schon wieder? Ja, kommt, kommt, kommt. Wo ist der? Nein, nein. Er ist da. Er ist da. Brücke, 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 Brücke. Ich sehe ihn. Der Typ hier gibt den Rückendeckungen. Nein. Ich werde es nicht schaffen. Doch, ich versuch's. Ich versuch's. Nein. Halt ihn auf. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe ihn... Aber ich habe... Oh nein. Cell-Master. Cell-Master und so. Ich habe... Ich habe... Ich habe die Flagge fast geholt. Also... Einer unserer Teammates hat die. Und ich habe die gedepft. Wir müssen Cell-Master töten. Vorsicht, hier dieser Affe hier. Der... Der nervt ein bisschen. Du Äffchen, Alter. Apecrime-Fan. Tötet den. Der hat unsere Flagge. Nein! Ich hätte es beinahe geschafft. Hä? Haben wir verloren? GG, ja. Okay, GG. Ja, ne wenig Cell-Master. Richtig geil. Oh, man. Okay, Leute. Zu viele Runden. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Schaut vorbei bei den Jungs. Ist unten in der Beschreibung. Schaut auf meinen Hauptkeller vorbei. Dann mache ich hauptsächlich Pornos. Also warte, das ist nicht mehr YouTube. Okay. Ciao. Sag mal Ciao. Oh. Philipp. Trainer auf den. Spieler zu winning. 뭐�achen. In china drauf genugchen. Wer sagen unwrire. In china geht es mir weiter. parks mal im real im h Close. Invite Pizza da zuwasser, learners cartoons ein bisschen gesungen. Schautanbar. Sheriff soon. Politiker.